Konnichiwa und herzlich willkommen hier zur nächsten Kampagnen-Episode mit den Mori. Auf Legendär gegen die Amako mal wieder, ich schätze mal gegen ihre letzte Armee. Die sind ja schwach charakterisiert worden. Die ist uns leicht überlegen, wie ihr sehen könnt, leicht. Aber ich setze auf die Erfahrenheit meiner Krieger und meine Taktik, die ich bisher angewandt habe. So wie ich weiß, wie ich mit der KI umzugehen habe. Das Problem wird aber sein, sie greift mich an. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich mich nicht doch zurückziehen sollte und selber angreifen soll. Wobei ich mir ganz im Klaren darüber sein muss, dass das wieder andere Konsequenzen mit sich zieht. Das ist eine sehr interessante Entscheidung. Weil wir sind hier wirklich auf Messers Schneide unterwegs, auf Legendär. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, uns nochmal zu entscheiden. Amako Yoshihisa. Also ich habe faktisch gesehen, auf jeden Fall weniger Truppen von beiden Typen. Sowohl von Bogen als auch von Yari. Ich bin lediglich im General. Ich habe zwei da, aber wie gesagt, das ist ziemlich gefährlich. Ich muss auf jeden Fall eine Position finden. Aber mir macht es Sorgen, dass er so viele Bogenschützen hat. Das macht mir richtig Sorgen. Ich glaube, ich werde den Spieß umdrehen. Ich ziehe mich nochmal zurück. Und werde ihn angreifen, weil... Das ist gefährlich. Ich mag das nicht wirklich. Also es ist gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Handelsschiff, wachsende Unruhe. Mission erteilt. Ami, das war ein Klans. Ja, das ist normal. Okay. Ich denke mal... Ich denke mal, ich werde ihn belagern. Ich versuche jetzt einfach mal Verstärkung ranzuholen. Oh, hoppala. Ich glaube, da stehe ich im Weg. Geh mal ein Stück da weg. Ah, ich lege mal einen Hinterhalt. Genau. Ich lege einen Hinterhalt. Schicke eine Finte vor. Und lasse ihn angreifen. Weil ich habe dann den Hinterhaltvorteil. Den hätte ich ja so nicht... Ansonsten werde ich ihn in der nächsten Runde, denke ich mal, belagern. Sollte hinhauen. Ja. Ja, das sollte klappen. Okay, und dann schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Weil wenn er belagert ist, hat er keine Chance. Okay, jetzt haben wir hier den Bauplatz. Weil wir ja hier die Feste erbaut haben. Okay, ich wollte ja... Noch drei Runden für den Goldtagbau. Ich wollte ja jetzt auch noch was anderes hier errichten. Mal sehen. Sargeschenke. Eigentlich könnte ich auch noch eine Sargeschenke bauen, damit ich alle Agenten erstmal hätte. Das wäre mir ganz wichtig. Dann kann ich nämlich aber Armeen sabotieren. Ich habe hier zwar natürlich den Vorteil auf die Kriegermönche. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise den Yari-Drillplatz ausbauen, ne? Das wäre der Anfang dafür. Aber ich habe hier zumindest schon mal verbesserte Moral, wie ihr sehen könnt. Da ich das jetzt hier ausgebaut habe, die Pilgerherberge. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung, weil... Wahrscheinlich wäre es sogar sinnvoller, das hier nochmal auszubauen. Dann ist das halt mit zwei Provinzen recht blöd. Ich denke aber, bessere Moral ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei ich meine, dass es nicht so viel Unterschied macht, wie ihr sehen könnt. Sieben. Acht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel habe ich hier eine sonstige. Okay, die haben doch, ja, vier Moral und die haben siebener Moral. Ja, es macht ein bisschen was aus. Ich denke mal, ich gehe trotzdem... Beziehungsweise nein. Ich mache hier doch den Drillplatz, denke ich. Ich habe... Also Bogenschützen will ich hier nicht. Fürs Erste. Ich will erst dann mal gucken. Mal sehen, Schwertschule könnte ich hier natürlich auch machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Die Woku-Kämpfer wollte ich hier ohnehin mal machen. Äh, wisst du was? Ich warte einfach nochmal. Und baue jetzt hier mal um. Ich habe es ja jetzt nicht nötig, ehe ich mir den Bauplatz jetzt versaue und Geld verschwende. Mal sehen. Ich könnte... ...den hier noch dazu bringen. Mhm, mhm, um ihn besser zu schützen, aber es bringt eigentlich nix. Das kann ich hier noch... Nee, Exitum beschränken kann ich nicht. Ich gehe einfach mal weiter mit ihm. Gucken, was hier noch so vor sich geht. Äh. Holt sich Einheiten aus Hoki. Aha. Die Yamana sind hier. Ich könnte natürlich auch versuchen, mit ihnen einfach Frieden zu schließen. Da wären sie vielleicht sogar auch zu bereit. Vielleicht bieten sie es mir auch an. Ich habe euch nicht für mutig genug gehalten, zu mir zu kommen. Aber redet nur, jetzt, wo ihr hier seid. Tatsache. 3000 könnte hier wirken. Oh, dann müsste ich hier zurück. Nee. Das bringt's nicht. 1374. Okay, meine Provinz ist hier ein bisschen besser. Wie ist es mit der? Naja, die Provinz ist zum Beispiel ein bisschen besser als die hier. Immerhin. Gucken wir mal mal den Uchi an. Oh, die sind ja schlecht. Die ist gut. Nagato ist gut. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ich weiß jetzt halt nicht, was die Uchi da hinten tun. Das müssen wir jetzt mal ganz davon abhängig machen. Feste und die Bilder. Ja, das ist bekannt. Der sollte ja da bleiben. Ja. Genau. Fahren wir mal hier rum, um die Insel. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen was finden können. Na, wie ich jetzt sagte, zumindest ein Chosokabe. Ein Chosokabe-Flot, ja. Gut, mit dem kann ich endlich mal zu meinem ersten Handelsposten. Mit diesem versuche ich mal zu schauen, wie es mit diesem Handelsposten aussieht. Sieht nämlich noch, noch sieht er frei aus. Oh, die Takaoka habe ich aufgedeckt, ne? Ja. Versuchen wir uns den zu schnappen. Takaoka schauen wir gleich mal. Chosokabe wären für den Handel bereit. Hatakeyama wären auch für den Handel bereit. Nachdem ich jetzt, glaube ich, das ausgebaut habe. Auf jeden Fall. Hatakeyama auf jeden Fall. Damit war es das aber erstmal wieder. Yamana. Machtlos, machtlos. Sie dürften mich aber eigentlich in Ruhe lassen. Historische Freundschaft. Ja. Sogo. Unwichtig. Satomi. Warum habe ich die schon aufgedeckt? Warum? Wollte ich eigentlich nicht. Satakey habe ich auch schon aufgedeckt. Verdammt. Zum Glück habe ich noch die Hojo und so weiter aufgedeckt. Dann bin ich jetzt doch ein bisschen weit gefahren. Macht aber nichts. Das ist immer noch gut in der Zeit und gut auf dem Weg, finde ich. Okay. Eine risky Angelegenheit. Aber sie ist nicht unmöglich. Der kann da bleiben. Ich schätze mal, dann war es das für diese Runde. Ich wüsste jetzt nicht, was... Wie gesagt, hier... Vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter in den Wald, aber... Bin ich zu weit im Wald. Kann sein, dass er nicht mehr in meinen Weg geht. Ich hoffe mal, dass er hier versucht... Er denkt, ach ja, hier meine drei Einheiten. Die kann er auch schön angreifen. Wäre eigentlich ganz nett. Ansonsten... Ich wüsste jetzt nichts mehr. Ich versuche mich immer noch mal zu ermahnen, dass ich noch mal an irgendwas denken könnte. Aber ich sehe hier nichts, wie ihr sehen könnt. Was mir persönlich jetzt wirklich helfen würde. Ich meine, die... Okay, die Satakey und Satomi wären vielleicht... Wartet kurz. Ja... Mit den Satomi. Die haben noch keine negativen Beziehungen. Ich höre euch zu. Wenn ihr ehrlich gesprochen habt... Wollen aber keinen Zugang haben. Okay, wollen sie nicht. Bündnis wollen sie auch nicht. Ah, okay. Die wollen weder Zugang haben. Die sind nur meiner Geisel interessiert. Nee, dann macht es eigentlich keinen Sinn mit denen. So, muss ich die Satake nochmal? Ein unerwartetes Treffen kann sich im Nachhinein als begrüßenswert erweisen. Lasst uns sehen, wie sich dies hier erweist. Die würden ein Bündnis machen für die Geisel. Zugang wollen sie aber keinen haben. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen heikel. Den Geiseln. Obwohl, ich habe ja da noch eine. Takakage. Dann kriege ich die andere zurück. Fünf-Jahres-Zeit. Ich denke nicht, dass bis dahin irgendwas Schlimmes passiert. Ansonsten hätte ich ja noch einen Erben. Und das ist der Takamoto. Und der hat ja auch schon eine Frau. Das heißt, sie sollten auf jeden Fall bald mal Kinder kriegen. Mehrere am besten. Ja, aber ich sollte schon ein Bündnis machen. Ich weiß nicht. Das könnte ganz nützlich sein im Osten. Wollte ich ja ohnehin. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu früh ist. Die Satake. Das Problem ist, wenn die angegriffen werden, werde ich in die Beziehungen mit einbezogen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Die sind miteinander verbündet. Das ist ja gut. Wenn das Bündnis aber bricht, kann es sein, dass ich damit einbezogen werde. Deswegen habe ich da irgendwie wirklich Bedenken. Die haben die Uesugi als Feinde. Die habe ich noch nicht aufgedeckt. Und die Mogami auch. Die Satomi wären da besser, weil die sind nicht mit denen da zusammen. Und die haben generell gute Beziehungen. Versuche ich es doch erst einmal mit den Satomi. Die sind mir irgendwie sympathischerweise unabhängiger. Wollte mir kein Geld geben. Wirklich nicht. Mein Gott. Bündnisburg wollen sie nicht. Oh, für ein bisschen Geld würden sie das tatsächlich machen. Echt? Obwohl Bündnisburg... Ah, nee. Das ist eigentlich keine gute Idee. Aber vielleicht soll ich sie gegen die... Amako kriegen? Für das bisschen Geld. Das bisschen Geld würde sie dazu bringen, gegen die Amako noch zu ziehen. Ich will, dass die Amako einfach ein bisschen mehr Schiss kriegen von mir. Handels-Embargo? Nee. Das muss nicht sein. Bündnis ist natürlich eine schwerwiegende Entscheidung. Deswegen bin ich mir noch sehr unsicher, ob... ...ich das tun sollte. Ah, das ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Noch sehen die Beziehungen ja gut aus. Noch. Aber die Frage ist, wie lange das so bleibt. Es kann sein, dass die Satomi schnell... Ich glaube, ich warte nochmal ein bisschen. Ne, ich warte nochmal ein bisschen. Das ist mir zu heikel. Die Hojo. Ich glaube, die Hojo habe ich jetzt damit auch aufgedeckt. Kann das sein? Oder habe ich nur... Oh, die Uchi kehren zurück. Das ist nicht gut. Ah, haha. Amako verschwindet bloß. Okay. Kikawa, macht ihr euren Weg zurück? Ja, man würde es sehen. Ich schätze mal, jetzt kommen wir in die Schlacht. Die Gelegenheit ist nicht schlecht. Warum Handelsabkommen? So sehr verschlechtert, dass der... ...großer Clan zerstört? Moritakage. Großer Clan. Oder. Wie kann das sein? Dann werde ich es ja erstmal nicht als Handelspartner in Betracht ziehen. Weil wenn das nochmal passiert, dann sieht es richtig übel aus. Ich nehme erstmal die Chosoka, aber auch wenn ich nicht so viel kriege. Die haben relativ humane Beziehungen, finde ich. Gut, die Harakeyama sind zweifelsohne besser, aber ich will nicht, dass die Beziehungen sich verschlechtern. Minus 18, das sollte nicht sein. Sollte echt nicht sein. Satome geht ja nicht. Shoni halte ich auch für keine gute Idee. Dann versuchen wir es mit den Chosokabe, wenn sie denn wollen. Wollen sie nicht. Schade. Mal sehen. Dann vielleicht doch Satake. Ist ja nur ein Handelsabkommen. Wollen sie nicht. Wollen sie nicht. Die haben schon Wind bekommen davon, kann das sein? Mal gucken. Ne, doch nicht. Takaoka. Obwohl, macht keinen Sinn, die werden sowieso vernichtet. Inakzeptabel. Dann lassen wir es halt. Dann vertraue ich auf meine eigene Art und Weise. Ich könnte sie jetzt ihrer Provinz berauben. Das geht aber nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh. Katanas. Das ist nicht so gut. Mein Hinterhalt hat auch nicht wirklich funktioniert, weil er nicht auf dem Weg lag. Das ist das Problem. Oh wei. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint hatte. Gucke ich mal, ob ich durch den Metzger aufdecken kann, was er da alles drin hat. Schlechen geht auf jeden Fall nicht. Mal sehen. Dann wären wir zusammen. Das waren 11. 3, 6, 9, 11, 14. Und er hat 3, 6, 9, 13 hat er. Okay. Aber er hat eine Katana hier. Ich weiß nicht, ob das nur die einzige ist. Ich hoffe mal, das ist die einzige. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wobei, er konnte in der kurzen Zeit eigentlich nur eine rekrutieren. Ich glaube, jetzt müssen wir angreifen. Wir haben keine Wahl. Ja. Das haben wir natürlich nochmal ein bisschen schlechtere Chancen. Speckt mir nicht so ganz. Zwei sogar. Aber wenn ich die vereinige, hätte ich ja... Das war halt unnötig hier. Aber jetzt greife ich ihn an. Das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist ein kleiner Vorteil, weil wenn er mich angreift, ist das durchaus verheerender. Mal sehen, Nachtangriffe würde bedeuten, dass ich keine Unterstützung habe. Also bringt mir das gar nichts. Dann machen wir es so.